So, wir setzen jetzt mit dem 1200er Da gehen sie schon relativ gut, würde ich sagen Jetzt machen wir noch ein bisschen 3000er und das war's eigentlich So, wir setzen jetzt mit dem So, das war ein 3.000 Euro. So, das war ein 3.000 Euro, das war ein 3.000 Euro.